wieder mal bei mir auf dem kanal und wieder mal mit okay also wir haben einen leichten sturm hinter uns und das letzte mal vor diesen motten ähnlichen monster abgehauen mal sehen was heute so gut so wir müssen haben wir noch mal das mädchen someone there Mary and happy you're okay sadness is that you are you okay what was that thing hello Richard 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 no sadness the man I'm looking for is named Thomas who's Richard day room day room are you trying to show me the way das ist ja auch wie bei mir da noch mal rein ich weiß dass ich versprochen habe dich zu suchen aber rate mal ich wurde befördert ja wirklich ich bin der neue Staatschef was könnte es jetzt wirklich sein ein neuer anfang keine hammer er eine Heimat für uns meine ich du ich die kinder ich weiß das klingt verrückt aber denkt mal nach in ewige liebe der F ich bin schon froh dass der strom wieder ein bisschen geht ich bin schon froh dass der Tagestattung denn aber komm einfach so rein natürlich nicht ist natürlich so dass er nein ist davor es ist natürlich so dass er nein ist davor ist nee was jetzt Gott ist doch richtig einladend hier Okay. Okay. Wie ist er weinhalb von mir rauslaufen? Wie kommt man runter? Die Stimme, oder? Das ist ein Problem. Geh runter! Ist das? Blut? Oh Gott, es ist überall! Wie viele Menschen hier sterben? Schönes Hallenbad! Da müssen wir wirklich runter. Müssen wir da runter? Entscheidend. Das ist so gesund hier runter zu gehen. Da kann man wieder hoch, oder? Ja, okay. Mal gucken, was es hier gibt. Da! Was ist denn das hier? Militär würde ich sagen Militär, oder? Halt! Wollen wir da hoch gehen? Ja. Es sieht zwar nicht aus, wenn man irgendwo hinkommt, aber hier sind so ein paar Sachen. Guck, es macht gar keinen Sinn hier hoch zu gehen, weil ich kann hier gar nichts machen. Wollen wir wieder runter gehen? Dann sind wir da mal. Aber überall Blut. Ich meine, hier hat wirklich viel Blut. Es ist ja nicht mehr, was ein bisschen Blut ist. Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Die Pflege? Die Pflege? Sie hat das gemacht. Sie hat sie alle töten. Es war wie etwas, die sie verletzt hat. Ist das wirklich, was Sie uns auf den Rekord setzen wollen? Das ist das, was ich sah. Die Pflege? Aber... Wie? Jetzt? Warum? Warte mal. Wirst du mal kurz hier runter? Warte mal. Warte mal. Wirst du mal kurz hier runter? Warte mal. Warte mal kurz. This case is problematisch. Warte mal kurz hier runter geht. Ich will runter. Ihr zärtest wie das dein Staten komplikiert? Komrade... Ja, das verstehe ich. Einige Dinge gehen nicht nur weg, sie sticken, sie echoen. Das schiebe ich gerne mal nach vorne. Und dann finde ich hier nur Blut. Warte mal, ich glaube das kleine Wegelchen muss ich wieder nach hinten ziehen. Kann ich nicht. Kann ich das nicht mehr bewegen jetzt? Das war's, ich habe mich so weit weg geschoben. Warum auch immer, wir gehen mal hier durch. Ach gut, kleine Motten. So, ein bisschen Spind hier. Dadurch, dass man diese Taschenlampe hat, werden die ganzen Schatten auch so ein bisschen schwierig. Ist das gleich Schlammbäder oder was war denn das? Oh Gott, ich bin gespannt. Meine Liebste, ich wünsche es wäre soweit. Der Moment, an dem ich an meinen Mut sammle und tatsächlich jetzt absende. Es scheint so einfach. Nur in den Postkarten wirken. Aber warum kann ich es nicht? Eines Tages, wir sprechen jetzt. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Okay. 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 Ich hab mir schon mal, warum man die Postkarten nicht erkundet, ne? Weil man mal abschicken kann. Ist jetzt nicht wirklich schwierig, das Ganze hier. Seht ihr aus wie so ein kleiner, interaktiver Film, ne? Aber... Warte, ne. Warte, ne. Warte, ne. To-Do-Liste. Guck mal. Es ist beinahe fertig. Das Hauptgebäude ist besser gelungen als erwartet. Jetzt geht es nur darum, wie weniger sich man einen Teil des Ressorts fertigzustellen. Verdammt, das soll es einfach perfekt. Was verkehrt denn? Was? 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 Locked. Oh, verdammt. Und dann seid ihr wieder mit Ketten versperrt. Warum hier auf den Ketten versperrt ist, fragt man nicht. Hey, Marianne. You look like shit. Würde ich nicht so sagen. Finde ich so wie kacke aus ist. Daut so hier. Ich hab nichts mehr. Okay, müssen wir irgendwas finden. Hast du hier... Aha. ...Bolt-Cutters? Might be useful. Wenn ich nur ihn rüberkriege konnte. Ja, wir kommen ran, super. Was ist das? Wir kommen nach oben, irgendwie. Ja, wir kommen nach oben. Wir kommen nach oben, irgendwie. Woa. Sadness? Was? Wie hast du... Ah, fuck. ...Wel, das ist meine 7 Jahre. Und jetzt? Die Tür ist auf, okay. Die Tür ist auf, okay. Hallo? Anyone? Was? Ready or not, here I come. That voice. Is this something like that? Come on, hurry! There we go. What do you think? What? No, it's fine. I'm sure they're here somewhere. No, Bernard wouldn't do that. He's nice. She's talking to herself again. What the freak. Hey, don't talk about her like that. Shut up, Bernard. Okay, Psycho. Okay. Also mein Akku von meinem Joypad ist bald leer, glaube ich. So viel wie das Ding vibriert hier. Wenn noch kein einziges Spiel erlebt. Da bin ich. Auf den Sack. Da bin ich. Da bin ich. Da bin ich. Hier kommt sie. Leute? Komm mal. Es ist schmerz hier. Das ist nicht lustig. Ich glaube wirklich nicht, wir sollten. Shut the heck up, Bernard. Leute! Oh. Oh. Kids can be such assholes sometimes. Das stimmt doch jetzt. Viele bekackte Kinder auf der Welt. Da rein? Okay. Gleich die Tour gehen wäre es nochmal, die wir gerade eben schon gegangen sind. Das ist nicht viel gerne, würde ich sagen. Das ist gewinnig. Das ist nicht gemein. Das ist nicht mehr. Da. Ich bin. Was ist das? Es schaut mich an. Eine Bucks. Es ist nicht mehr. Es ist nicht mehr. Eine Bucks. Es ist nicht mehr. Es ist nicht mehr. Aber es ist nicht mehr davon. Es kommt, aus meiner Katzenfigur. Was ist denn damit? Mal gucken. Ich bin. Ich bin hier extrem. Ja, hier hinten? Ja. Was ist denn was hier? Ach, da oben. Okay, hab ich nicht gesehen. Ist ja ein rissenes Bild. Okay, mehr ist aber hier. Nee, die sind immer noch da. Was muss hier denn noch sein, oder? Ja, das hört nicht. Hm? Ja, das muss ich übersehen, glaube ich. Okay, vielleicht will sie... Muss ich diese Katzenfigur in den Spiegel bringen? Ich kann es fühlen, sie kenne mich. Okay. Okay. Oh, ich bin hier in der Welt. Okay. Was geht jetzt ab? Ist das so gesundes Medium? W-W-W-W-What the hell is this place? Was ist passiert? Nein! 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 Bitte, Mama! Das istBB-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W... Oh, wie ist die mir? Oh, Gott. Was hat denn mit dir passiert? W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W... ich weiß dich... Du war Kinda... Du war schon schon... Bernard... war es? Du war da... Du war da... Du war... ...'nchilde ich... Ich wusste auf, wie ich ihn kennen. Es war, als ob ein Teil davon erinnert wurde. Dann müssen wir die Messer wieder was machen. Lustig. Oh, wir kommen da vielleicht gar nicht durch. Na, ich weiß ja, ob ich noch Energie habe. Dann können wir da noch mal durchkrabbeln. Der haut es da schnell so ein bisschen in. Also, nicht so ein bisschen, da kann es schön sein. Also, da kann es sein. All these people. They weren't just killed. Their spirits were ripped apart. Broken beyond repair. Maybe I can find the one Bernhard is missing. I need to look around. Give the spirit well. I can use some of that energy. Noch am Spiegel? Kommt wieder auf die andere Seite wahrscheinlich. Okay, da gehen wir jetzt aber nicht rein. Erstmal gehen wir hier rüber. Wenn wir hier durchkommen. Burn, you little fucks. This was yours, wasn't it Bernhard? It's about time you brought it back. Achso, hier. Hier hinwegst du. Den Herrn. So wie einer freu dich über eine neue Maske. Extra für dich. Ich bin sorry, dass du all das alles durchgehst. Es ist Zeit für dich, Frieden zu finden. Bernhard. Danke. Danke. Nein. Noch eine Katze. Huh. Es sieht irgendwie aus wie der, den ich benutze, um durch die Schmerzen zu kommen. Es fühlt sich auch so. Nein. Ach, wahrscheinlich kann ich mit der jetzt wieder auf die andere Seite gehen. Nein. Bleib mit mir. Bleib mit mir. Bleib. Oh. Gut, dann sind wir raus. Nein. Gut, dann sind wir raus. Wir sind aber auch raus für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und ja, eine geruhlsame Nacht. Wir sehen uns einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.